Ha! Baby, you got a shot after all new guys! Better stick with me though! Wow! She is amazing! Oh no! Run! Lauft! Und damit seid gerüst, mein lieben Zwergekno-Mods und edle-lobens euren Prats! Minecraft Story Mode, mein lieben Zwergekno-Fürst! Wir müssen fliehen! Heute wird geflohen! Von den Robotern von Parma! Untertauchen, untertauchen, untertauchen! Man kann sich hier draußen nicht verstecken, das ist richtig! Hm, jetzt könnte ich hier entfernen! Okay, unsere Hilfe! Und sich an! Hm, die Zombies sind sehr stark! Okay! Ähm, ich sehe kein geheimes Labor! Äh, wo? Wie, was, wann? Okay, dann suchen wir mal ein geheimes Labor! Ich hoffe, wir werden das schon irgendwie finden! Ja, kryptische Anweisungen sind das auf jeden Fall! Ja, das ist so wunderschön! Sonderbar! Oh! Ich sehe was, was ihr nicht seht! Stoßen mit meinem Joy-Con! Gegen... ...der Statte! Ein Gemälde! Hm! Also dahinter, oder? Oder längs? Dran vorbei? Ein Gaktus! Das ist doch bestimmt was ganz Außergewöhnliches! Oh, oh! Wir müssen uns behalten! Gaktus! Falltüber! Das war richtig! Der Kaktus war tatsächlich richtig! Ich glaub's nicht! Als ob... Oh! Das Geheimlabor! Das war aber relativ leicht zu finden dafür, dass es ein Geheimlabor war! Na dann runter da! Wir haben keine andere Wahl! Springen! Na komm! Hopf! Uns bleibt nichts anderes übrig! So! Weich gelandet im Wasser! Der fliegt ein bisschen länger, oder was? Später gesprungen! Ja, wir müssten eventuell mal... ...den Deckel los wieder zu machen! Ähm... Sie sind nicht allzu clever! Sie springen gleich ins Verderben! Sie springen auf den harten Boden! Oh! Ähm... Oh oh! Wir sollten mal den Deckel zu machen! Oh! Das Wasser macht sie alle! Ähm... Er wird wieder ein normaler Zombie! Und das können wir ihn glaube ich besiegen, oder? Hm... Wasser spült also den Redstone Zeug weg! Hm... So können wir vielleicht unsere Freunde mal befreien! Zack! Und einfach besiegt! Ein einfacher Zombie! Ach... Dann müssen die einfach nur baden! Unsere Freunde! Es landen die alle auf diesem Spinnennetz! Können wir nicht mal ein Spinnennetz befreien! Ein Frick machen! Sonst haben wir zu viele Monster hier noch unten! Äh... Ziehen! Los! Mach rech! Los! Schau! 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 Hauptsache wegen der Sicherheit! Ja ja! Das ist eine Lösung! Jetzt sind wir abgetrennt von den Zombies! Von der Außenwelt! In der Außenwelt! In der Raum! Ja! Ja und die Leute haben Priorität! Das stimmt! Das andere... Ja... Es hat uns gerade geholfen... Ja... Auf jeden Fall hat sie das! Ich habe uns geholfen, da können sie nicht allzu glücklich sein. Hm, stimmt. Oh, wo ist sie? Wie ist sie hergekommen? Ja. Ich kann es dir nicht mal vorstellen. Harper! Hallo Harper. Du hast was mit Palma zu tun. Ähm... Das kann nicht reinkommen. Tja, die Wand ist versperrt. Nee, wir wollen hier gar nichts klauen. Wir wollen einfach mal wieder raus. Wir wollen einen Weg nach Hause finden. Und dazu müssen wir mal Portale kontrollieren. Verloren hat er aber noch Amtel anheben. Ja, das ist ja ein schönes... Hm. Aber gut. Ich bin so nah, wo die Portale-Netwerk die Leute ausfügt. Du kennst das so viel darüber, wie diese Portale-Netwerk funktioniert? Ich würde so denken. Ich helfe das verdammt. Aber das würde mich... Äh, was äh, wie äh, bitte was? Die ist gerade, meine Kamera hat ein bisschen rausgegangen. Egal, mach mal weiter. Ähm, warum war es Neues? Und haben wir gerade irgendwie ein bisschen was verloren? Die Kamera hat ein bisschen gestreckt. Tut mir leid, wenn mir was fehlt. Aber Palma ist gefährlich. Wenn es in die Portale-Netwerk geht, könnte es in irgendeinem Welt gehen und es einfach so wie dieser. Barren. Tod. Alles. Geht und reden. In perfekten Unison. Just wie Palma will. Hm. Klatsch, 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 klatsch. Ich tue mir jetzt recht drücken. Mhm. Die Monster. Sie haben uns in der Anwendung gewonnen. Nützlich gemacht, ja. Jetzt haben wir schon erfahren, was das bedeutet hier. Nützlich gemacht zu werden. Hm. Du hast ein paar Mal das tun lassen? Das ist eine gute Frage. Sie hat das scheinbar zu gelassen. Sie hat den Ort gebaut. Das heißt, Palma weiß, dass wir durch das Portal her sind, sie hat ja schon zwei von uns gechippt, wir lassen unsere Freunde nicht zurück, wir wollen die zurück, wir befreien die wissen, wie es geht, Wasser drauf, unfällig, wir können auch gleich Wasser über den großen Computerschleudern hier und ein ganz paar Mal kaputt machen, ich habe Zeit, okay, ein Eimer, ein Eimer, keine Frage, ein Wassereimer, ok, ich hoffe damit reichen unsere Freunde zu retten, Palma verwirrend, ja das kriegen wir ja auch schon hin, einfach eine Frage stellen, eine verwirrende Frage, schon passt, passt schon, jetzt haben wir Wasserfälle, Wasser, ja, Roboter, die stehen nicht so auf Wassertechnik allgemein, das ist nicht so wasserfröhlich, das sollte jemand lassen, Technik mit Wasser zu überschütten, da ist er bald nicht mehr nützlich, auwei, das sind unsere Freunde, das waren wir unsere Freunde, das ist meine Freunde gehen ein paar Mal, wir schütteln gleich Wasser über die und dann sind sie nicht mehr, nützlich, und dann sind sie nicht mehr, oh scheiße, stimmt, das, dieser Roboterdingens, kennt meine Geheimnisse und Tricks, und das war der falsche Weg, da stand Eimer, ja, nicht der Roboter, der Roboterdingens, hm, Quicktime, ahhh, das ist die Spinne tot, ja, tot ist er noch nicht, aber, robotermäßig, du wurdest nützlich gemacht, joo, eine Spinne, nein, sag nicht, wir müssen den ganzen Weg nochmal durchlaufen, nein, nicht doch, ist nicht dein Ernst, Spiel, ganze Gespräche nochmal von dir, Wasser und so weiter und der, Gründerin und Computer und so weiter, komm schon, Spiel, das ist ein schlechter Checkpoint, Alter, dein Ernst, du musst jetzt schneiden oder was, oh shit, warum, warum so ein langer Weg nochmal, muss so eine schwere Straf sein dafür, dass ich gekackt habe oder was, oh man, ja komm, ich schneid's euch zusammen, sehen wir uns gleich wieder, ja, ach so, ähm, ja, ähm, ja, ähm, ja, ähm, ja, ähm, da werden wir wieder, ähm, ähm, kurz in die Gärchen gehalten und das ist meine Freunde gegen Parma. So versuchen wir es ein neueres Mal. Next try. Meine Fresse, muss man den Weg dann so lange machen, dass wir wieder hier sind. Fast der halbe Part jetzt hier machen vorn. Meine Fresse. Nichts. Oh, gut ausgewickelt diesmal. Das war wieder Eibor. Nicht Roboter Nukias. Na komm, Spinne erledigen. Zack. Was passiert wohl, wenn wir es nicht schaffen, sie zu erledigen? Sind wir gleich tot oder was? So, die Spinne, die mich neutralisiert hat, ist tot. Und weiter gehts. Jetzt ist es für euch in Station. Schubst euch ins Wasser. So. Wie, was? Ich muss mich jetzt entscheiden, wen ich rette. Ah, komm Petra. Diesmal werde ich mal Petra retten. Ich habe es schon oft riskiert. Ganz am Anfang das war Petra, die ich in die Bilder geschickt habe. Anstatt sie zu retten, habe ich Gabriel gerettet. Na komm. Lukas retten wir auch noch. Lukas. Was zum Geier. Oh nein. Lukas. Jetzt haben wir Lukas verschenkt's. Nein. Der arme Lukas. Jaa. Verdammt. Nein. Wasser. Nein, 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 nein. Ich will warum so viel später dass es dem alten erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste gibt es denn gar keine vorstuhlfunktionen schien dass ich jetzt hier zusammenschneiden durfte ich muss jetzt hier schon zum zweiten dritten mal den selben weg gehen moin freunde hier schon wieder dass meine freunde gehen ja ihr werdet mich nützlich machen so jetzt mal attacke streng dich an zwerg jetzt kriegen wir es doch mal beim dritten versuch vielleicht mal hin dass man nicht den weg noch mal machen müssen okay konzentration es war schon wieder aber kannst du nicht richtig zielen mit deinem wasser die spinne so und wie zack so die erste gefahr ausgeschaltet und weiter fahren wollen wir diesmal den anderen retten einfach nur aus spaß nicht pet war sondern lucas retten mal schauen was da passiert machen wir einfach mal wählen wir diesmal lucas mal sehen wie oft war das hier noch machen müssen jetzt pet war in dieser rolle hier entführt wir werden sie ihr alle befreien wird keiner sterben wir werden schon irgendwie zurecht kommen ja komm wasser eimer zr und weiter und b ok da scheinen sie was zu bringen und blume zr und weiter diesmal übernehmen war das sieht gut aus da kommen die spinnen nicht durch doch sie kommen durch so und sicherheit muss man den weg nicht noch mal machen ja diesmal Petra das Petra am auch wiederum stich ist nicht mehr in Trace ich weiß nicht ob es hilft es aber ich erinnere mich etwas während ich war ein Teil von Palma das ich denke war sehr wichtig war es war tall glowing red lights es ist wie ein faszig dünn und ich kann versuchen mehr zu erinnern ähm bist du ok ja erstmal fragen ob es ok ist jetzt nicht so verdrängen dass ich erinnern muss und wird sich schon später noch erinnern so ähm sie ist ein alter bauern ja lustig mal eine sache in der tats ähm ja ah das ist das innere des navors das zentrum eine rose eine blume zumindest wenn ich sehe ob das eine rose ist ich glaube eher das ist mohn dann passt schon ähm sie ist nicht verrückt von den wohnungen genau so exzentrisch so finden wir mal das headset und befreien Petra unser letzter Freund der hier noch gechippt wurde wie die Erfinderin von Palma es so nennt und den Rest des domers die hier in der Wüsten folgt das müssen wir auch noch befreien können ja nicht einfach die Leute hier zurücklassen so was haben wir denn hier Begrüßer ok lassen wir uns mal begrüßen ne Begrüßt du uns klick äh drücken zack Ah es ist Harry blume in der Wüste blume in der Wüste da weiß ja was da hin stecken muss blume Harry Harry aktiviert spread sehr gut so was läuft ja was geht hier vor sich hm eine Werkbank ja das ist nicht falsch ähm Rätsel hier Lucas hast du eine Idee schon was aufgeschrieben was hilfreich sein könnte du bist auch mein Freund genau ja so ähm Rätsel 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 Lösung 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 Hm irgendwo muss eine Lösung versteckt sein Ah der Begrüßer noch einer ansehen na Hallöchen achso mal einen Knopf machen damit ich besucht äh begrüßt werden darf äh äh irgendwas mit Licht da reinsetzen hm irgendwas mit Licht müssen wir da reinsetzen Eivor vielleicht hat der schon eine Idee das ist ein schönes Rätsel wenn wir so irgendwas finden was die Person halt sagt äh nicht die Person der Roboter der Empfänger der Hallosager ein Buch ein Buch ok ein Leser ein Gist ok Licht Licht irgendwas was wir als Symbol das Licht ist da reinstecken können hm hm da ist was aha passt da was Gegenstand mitnehmen ach das Eis ok ah ok ja und das was er sagte da passiert also schon was das scheint schon richtig zu sein Licht 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 Fackel oder sowas ah das passt es ist ein scherz das ist schon mal richtig es licht 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 Fackel oder sowas Ah, das macht Lichtfleck, können wir das da mitnehmen? Auf den einen Begrüßdauer drauf stellen? Hmmmm, Rätsel ist Lösung. Trumor, da ist bestimmt irgendetwas hilfreiches drin, mit Umständen. Na, wenn das kein Zeug für TNT und eine Redstone Fackel ist, dann könnte man doch immer etwas craften, oder? Redstone Fackel, ja, das könnte da hin passen, das TNT, was machen wir da aus, TNT und Eimer, erstmal craften hier, zack, let's craft. Redstone Fackel, ja, ich weiß, einmal Stock und einmal Redstone, Bums, da meine Redstone Fackel. Na, er weiß ja, wo ich die hin stecke, wo ich die in welchen Begrüßereien gebe. Hm, wo bist du Freundchen, wo warst du, steckst du, wo bist du? Und du da, der Begrüßer, geh immer hin. Und einmal rein da, die Redstone Fackel. Ja, ich weiß, was da fehlt. So, rein da. Und, aktiviert. Na, klappt's. Ja, super. Und da ist das Headset. Super. Das nehmen wir uns mit. Wow. Willkommen in Ready Player One. Ab geht's in die Oasis. Ja, ganz so sieht's aus. Sieht sehr nach Oasis aus. Nein. Es ist Zeit, an dieser Stelle Schluss zu machen. Doch ich nach oben sollte euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr noch auf meiner Kanalseite seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zwischenfest verpassen wollt. Habt ihr noch einen angenehmen, fürstlichen Tag. Man sieht sich im nächsten Part. Macht's nicht gut, macht's besser. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.